Zählt ausländisches Einkommen als Hinzuverdienst zur Rente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich habe meinen Wohnsitz in Australien. Ich beziehe seit dem 1. Januar 2022 eine abschlagsfreie Altersrente aus Deutschland, weil ich die australischen Wohnsitzzeiten auf die 45 Jahre Wartezeit angerechnet bekommen habe. Ich habe aus dem fernen Deutschland erfahren, dass dort 46.060 Euro als Verdienst neben der Rente anrechnungsfrei sind. Da ich in Australien weiterarbeite, möchte ich wissen, ob mein australischer Verdienst auch als Hinzuverdienst auf meine deutsche Altersrente gilt. Ja, der Begriff Hinzuverdienst bei einer deutschen Altersrente erfasst nicht nur den inländischen Verdienst in der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch vergleichbaren Verdienst im Ausland. Wenn Sie also im Australien Geld aus einer Beschäftigung monatlich beziehen, müssen Sie diese Tätigkeit und die Höhe des Verdienstes an Ihre deutsche Rentenstelle melden. So ist es Rechtslage bei den Mitwirkungspflichten und bei den Meldepflichten bei vorgezogenen Altersrenten. Dazu hatten wir auch schon mal ein Video gedreht. Es ist aber aus unserer Erfahrung auch heraus so, dass eine australische Stelle oder das australische Finanzamt zum Beispiel den Verdienst ihrer Rentenversicherung nach Deutschland nicht melden würde. Wie kommen die dazu? Gar nicht. Also gibt es auch keine staatlichen Verpflichtungen, wo es da eine entsprechende Meldeverpflichtung australischer Behörden nach Deutschland geben würde. Grundsätzlich sind Sie bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze verpflichtet, die Aufnahme einer Tätigkeit neben der Rente und die Verdienste hieraus Ihrer Rentenversicherung zu melden. Und das gilt auch, wenn Sie diese im Ausland generieren. Näheres zu diesem Thema, zum Thema Altersrente und Hinzuverdienst, finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.